Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch, wo ein Team aus hingebungsvollen Fans so gut wie alle Neuheiten aus dem Film- und TV-Bereich mit viel Expertise und Leidenschaft für euch bespricht. Heute färben wir eine Stadt blau, lernen Untergrund Jesus kennen und versuchen einen Wehrwolf zu heilen. Ja, es geht um den zweiten Akt von Arkane League of Legends Staffel 2 und gemeinsam mit mir, Lasse Vogt, wandert Johannes in den blutigen Knast. Hallihallo, ich bin bereit, ich habe alle meine Waffen dabei, let's go! Yes, aber da wo wir hingehen sind eigentlich keine Waffen erlaubt. Damit haben wir gleich alles komplett verbraten, was so in diesem zweiten Akt vor sich geht. Ja, es geht um die, genau, um den zweiten Akt, der jetzt auf Netflix draußen ist, seit Samstag, dem 16. November. Und ja, das Ding ist, das Ding hat sich noch gesteigert, extrem, meiner Meinung nach. Okay, spannend, spannend. Ich finde, man hat sehr gemerkt, dass hier auf etwas hingearbeitet wird. Ja, absolut, ganz genau. Und ich habe das Gefühl, im Vergleich wollte uns der erste Akt von der zweiten Staffel so ein bisschen in Sicherheit wiegen. Und jetzt geht es hier im zweiten Akt in Richtungen, die ich so nicht erwartet habe. Und ich habe das sehr begrüßt, dass ich einfach nicht wusste, okay, wohin geht das jetzt? Was genau passiert jetzt? Ich weiß es nicht genau. Und das fand ich echt nice. Ja, ich war vor allem gespannt, weil sie ja doch in den letzten drei Folgen sehr viele Fässer aufgebracht haben. Ich meine, wir können jetzt ja, weil wir Recast machen, würde ich sagen, können wir jetzt im Vergleich zur letzten Folge spoilern, oder? Und ja, was ist alles passiert? Also nach dem Anschlag hat Vi sich ja zusammen mit der Jace so einem Squad quasi angeschlossen und sie sind nach Zorn gegangen. Jinx hat die ganze Stadt bunt bemalt und die gute M-Besser hat am Ende der dritten Folge mit einem richtig cleveren Clou dafür gesorgt, dass Jace die neue Anführerin ist. Und darauf aufbauend wird jetzt hier einiges gemacht. Du hast auch schon den Jesus angesprochen, du hast den Wellwurf angesprochen. Das wurde ja in den letzten Folgen alles so angeteasert. Dann kamen ja auch noch diese, die schwarzen Rosen dazu. Und zum Teil wurde das jetzt schon aufgegriffen, aufgelöst. Andere Sachen wie mit der schwarzen Rose wird jetzt, also das kommt noch. Da bin ich sehr gespannt. Da muss ich sagen, das mit der schwarzen Rose ist der Plottpunkt, den ich am wenigsten interessant finde irgendwie. Und sehr verwirrend auch. Wo ich nicht genau weiß, was genau ist das jetzt für eine Enthüllung mit verschollenen Familienmitgliedern und was? Und ich, also ich, ich hab da ehrlich gesagt leider nicht wirklich durchgeblickt, aber ich war auch nicht wirklich super investet in diesen Plottstrang. Also das ist das eine Manko für mich. Ja, ich verstehe es noch nicht ganz, weil ich finde aktuell wirkt diese Staffel für mich nicht wie eine finale Staffel. Ja, das stimmt. Es wirkt halt so, sie machen viele neue Töpfe auf, die dann irgendwie in den nächsten ein bis zwei Staffeln vielleicht geschlossen werden. Normalerweise ist so eine finale Staffel, nach und nach kratzen alle Leute ab und es wird immer weniger quasi, das Figurenpersonal wird reduziert, was hier auch schon so ein bisschen passiert. Aber ich finde, das ist immer noch sehr viel offen. Ja, aber das Ding ist ja auch, es wird ja da nicht wirklich ein Finale sein, weil letztendlich versteht sich ja diese Staffel zumindest teilweise als Prequel für Charaktere, die man so kennt aus den Spielen, also von diesen Champions. Das heißt, die können nicht wirklich an ein gewisses Ende kommen, sondern im Prinzip muss das hier als eine Eröffnung fungieren für das, wie dann halt diese Weltspiele da funktioniert, in der man sich bewegt in den Spielen und mit diesen Figuren. Ähm, also verstehe ich da schon so ein bisschen die Schwierigkeit. Ich finde, das endet hier jetzt, der zweite Akt endet mit einer Aktion, wo ich mir denke, okay, gut, das ändert auch ein bisschen an das Ende von Staffel 1 durchaus, aber es ist trotzdem, okay, gut, hier kann jetzt das und das durchaus passieren, also mal sehen. Aber das ist halt eben so ein bisschen vielleicht die Schwierigkeit von der Konzeption der Serie. Das stimmt, da bin ich gespannt. Was ich sehr interessant fand, was wir direkt zu Beginn der vierten Folge merken, es ist ein Zeitsprung passiert. Also, und auch in der ersten Folge taucht Vi überhaupt nicht auf. Also, wir sehen ja am Anfang, dass Jace jetzt mit, ich glaube, Officer Nolan, hieß sie Nolan? Ich glaube, ja, ne? Ja, ja, genau, ja. Genau, die haben jetzt eine Beziehung und auch, das merkt man immer, wie lässt man natürlich Zeit vergehen, man verpasst Leuten eine neue Frisur, das wurde hier natürlich auch fleißig gemacht. Das stimmt, lustigerweise ist das auch eine Parallele zum zweiten Akt von Staffel 1, weil da ist ja auch ein Zeitsprung im Vergleich zum ersten Akt und da taucht Vi auch nicht auf bis ganz zum Schluss der ersten Folge und da auch nur angedeutet. Also, äh, machen die ja schon so eine gewisse Parallele auf. Voll. Wie hat ihr denn, weil Jinx, die ja schon immer ein bisschen verrückter geworden ist, hat jetzt ja quasi ihre eigene kleine Schwester bekommen. Wie hat dir das denn gefallen? Weil ich muss sagen, ich war ganz verzückt, die beiden sind ein ganz, ganz tolles Team für mich. Ich fand das auch sehr gut. Ich finde, das, äh, fügt einiges hinzu, wo man sich, äh, dran festhalten kann, was diesen Charakter angeht. Und insgesamt macht Jinx auch, äh, wieder so einen gewissen Arc durch, wo ich mir denke, das ist super, das ist nachvollziehbar und die retten sich wirklich aus so einer gewissen Sackgasse, die der Charakter unter talentloseren Autoren gedroht hätte abzudriften. Ähm, und einfach, die wissen ganz genau, was sie tun und, äh, sorgen dafür, dass es stets interessant bleibt mit diesen Figuren. Und das, ja, ich fand die beiden auch schon im ersten Akt halt, äh, sehr, sehr gut zusammen. Und wie sich das hier jetzt weiterentwickelt hat, fand ich toll. Ich hab tatsächlich auf Twitter gefragt, ähm, kennt man diese Figur von, äh, aus den Spielen? Ist das quasi die, 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 die Prequel-Form von irgendeiner Figur, die man kennt? Also die, die kleine Isha im Prinzip. Und ich, äh, und da konnte mir niemand wirklich Antwort drauf geben. Ähm, mal sehen, ob da vielleicht noch irgendwas, äh, kommt. Ich, äh, bezweifle es ehrlich gesagt, wenn man denkt, wie das jetzt, äh, wie die, wie die zweite Staffel endet, mal sehen. Aber, äh, ja, ich fand, das war, äh, eine sehr schöne Idee. Und wie sie eben auch dann so ihren eigenen Kopf hat und bestimmte Sachen lostritt. Und das ist eben was, was wir auch schon beim letzten Mal angesprochen haben, ist, dass alles diese, äh, bestimmte Aktionen, ähm, sorgen für Reaktionen. Und so kommt immer alles ins Rollen. Und das wirkt sehr organisch auf diese Weise. Äh, total. Und Jinx, beziehungsweise damals ja noch Powder, ist jetzt genau in der anderen Rolle. Das heißt, bis jetzt war sie immer die kleine Schwester. Und jetzt ist sie ja quasi die, die große Schwester. Sie ist jetzt die, die Beschützerin, die auf die Kleine aufpassen muss. Und ich fand's dann super interessant, dadurch, dass ja Zeit vergangen ist, ist Jinx in der Unterstadt zu so einer Art Ikone, zu so einer Symbolfigur geworden. Aber anders, als dass man das vielleicht sofort erwartet hätte, dass sie das annimmt, sie kommt damit eigentlich am Anfang gar nicht so zurecht, dass sie jetzt irgendwie diese, ja, dieses Symbol der Revolution gegen die Oberstadt sein soll. Ja, genau. Und das sind dann andere, die sie so ein bisschen versuchen, dazu zu befeuern. Und, ähm, so ganz, äh, wird sie dann auch nicht wirklich dazu, oder erst mal noch nicht. Und es ist, äh, und was ich auch schon sehr bezeichnend fand, ich fand den Score jetzt im zweiten Akt ein bisschen besser als, äh, im ersten Akt. Hier und da ein paar prägnantere Stücke. Und was mir vor allem aufgefallen ist, ist in der Sequenz im Gefängnis, wenn sie ihre, ihre ganzen, die Jinxer, wie sie sich nennen. Mhm. Äh, wenn sie dann so auf sie zugehen, ihr so auf die Schulter klopfen und dann ihr vorbeigehen, da hört man die Melodie vom ganz am Anfang der Serie, wo sie dieses Lied singt, wenn sie auf der Brücke nach ihren Eltern suchen. Und, und dann eine instrumentale Form davon. Und das, das fand ich sehr clever, wo ich dachte, oh, hier hat jemand nachgedacht. Mega cool. Das mit dem Gefängnis, beziehungsweise was davor passiert, da geht ja auch, also da geht die Serie ja nochmal weiter mit diesen politischen Verwicklungen, ne. Durch diesen Anschlag und durch die Aufstände hat halt die Oberstadt gesagt, wir greifen jetzt noch rigoroser durch und kerkern dann halt Leute ein, machen da Razzien quasi. Das heißt, wir merken hier nochmal so dieser, dieser Staatsapparat, der irgendwie versucht, den, ja, in Anführungszeichen Frieden zu wahren und dadurch halt dann zu härteren, zu härteren Mitteln durchgreift. Ja, genau. Es sind all diese Themen und, äh, besonderen Szenarien, äh, die alles stets spannend halten und brisant und aktuell und trotzdem passt es sehr gut in diesen Fantasy-Steampunk-Rahmen natürlich. Und, ähm, ja, und ich war sehr überrascht von, äh, wohin es mit einigen Figuren geht und wie abrupt es auch mit einigen zu Ende geht. Ähm, und bei einigen Sachen ist auch immer nicht klar, wo sind die jetzt oder wo sind auch bestimmte Leute jetzt gewesen. Zum Beispiel gibt's da ein gewisses Trio von Charakteren, wo wir am Ende Staffel 1 dachten, okay, was ist jetzt mit dem passiert? Jetzt kehrt einer von denen zurück und ich dachte mir, ja, okay, aber wo sind die anderen denn? Und, äh, und, und, weil die mochte ich auch. Und, äh, und vor allem, warum ist der jetzt so, das war auch nicht so ganz nachvollziehbar für mich, warum der jetzt so versessen dafür ist, etwas auf so eine brutale Art und Weise zu Ende zu bringen. Ich schätze mal, das soll auch darauf anspielen, dass er halt jetzt klarer sieht und wir aber noch nicht das komplette Bild vor Augen haben. Voll. Du hast jetzt schon den Wehrwolf angesprochen. Da wird ja, ich meine, das können wir jetzt ja schon vorausnehmen, würde ich sagen, weil wir davon ausgehen, dass ihr alle die, die drei Folgen geguckt habt. Da finden wir heraus, wer dahinter steckt und das ist ja ein, oh mein Gott, damit haben wir wohl nicht gerechnet, oder? Doch, ich hab's schon die ganze Zeit im Verlauf des ersten Aktes, hab ich's bei diesen kleinen Teasern, hab ich's kaum sehen. Okay, ich bin da immer super schlecht, um so, sowas vorher zu sagen. Ich eigentlich auch, aber irgendwas hat mir die ganze Zeit gesagt, na, ich glaub, ich weiß, was das soll. Ähm, und ich weiß nicht genau warum. Ich schätze mal anhand von dieser Form, wie der da hing und eben auch, wer da ja mit hinter steckte auch, wer das da zusammengezimmert hat, wo ich, irgendwie, irgendwie hatte ich das die ganze Zeit im Gefühl und hier hatte ich das auch schon sehr, sehr schnell einfach dann, ja, ich wusste es eigentlich schon und jetzt war jetzt, der zweite Akt war jetzt einfach nur noch die Confirmation, die, die für mich eigentlich überflüssig war. Aber es ist, es ist trotzdem gut gemacht. Und, ähm, es ist, äh, ein, es wird sehr emotional. Und, äh, auch natürlich halt, ich hatte halt nicht damit gerechnet, wie tief sie da tatsächlich gehen, ähm, was eben die Gefühle angeht und, ähm, so gewisse stilisierte Flashbacks oder fast schon irgendwie Visionen. Und es gibt eine großartige Sequenz in der dritten Folge, wo, und auch mit dem, ähm, besten Song bisher, meiner Meinung nach eigentlich, wo sie, wo ein Charakter im Prinzip so in das Gedächtnis von jemand, von einem anderen geht und im Prinzip so nach dessen wahren Selbst sucht. Also im Prinzip, er muss ihn wiederfinden, er muss so die Menschlichkeit wiederfinden. Und das war visuell so toll präsentiert, dass ich da, also da war ich einfach ein großer Verhältnis von. Ja, ich finde es spannend, dass sie es aufmachen und dann ja doch relativ schnell wieder schließen. Da bin ich gespannt. Also ich finde, man merkt hier ja, wir haben jetzt dadurch, dass Jace und, äh, wie voneinander getrennt wird, wird ja quasi dafür gesorgt, dass, dass wie dann in der, in der fünften Folge, also jetzt in der zweiten Folge, dass, äh, die jetzt veröffentlicht worden ist, erstmal alleine dasteht und irgendwie ziellos als, als Untergrundkämpferin da agiert und so dann halt wieder zu Jinx trifft. Das ist ja eine ganz clevere Sache, um zu sagen, okay, wie kriegen wir die beiden Schwestern schnell wieder zusammen? So machen wir das. Ja, genau. Aber das wird aber auch klar, durch die Montagen sind so gut geschnitten, dass du schnallst, wie viel Zeit ungefähr vergeht. Und dann sind diese Sprünge auch nachvollziehbar. Für uns selbst vergeht nicht viel Zeit, aber du verstehst, ja, hier ist eine Entwicklung und, ähm, du hast eine ungefähre Vorstellung davon, wo wir jetzt sind, weiß ich, sind's Tage später, sind's Wochen später und so weiter und so fort. Und von bestimmten Entwicklungen sind wir dann entsprechend überrascht, weil die dann uns so als gegeben hingestellt werden. Und wir uns denken, okay, das hat sich dann einfach offscreen entwickelt und das kann halt für einige vielleicht ein bisschen plötzlich wirken. Aber wenn man dann nochmal zurückdenkt an Staffel 1, gibt es so bestimmte Punkte, wo man denkt, ja, das ergibt Sinn. Das wurde schon in irgendeiner Form so leicht, äh, angeteasert. Ja, mit diesem bisschen rasch, so ging mir das mit, mit unserem, äh, Heiler so, weil, äh, in den ersten drei Folgen ist er ja da alleine bei den, äh, Verseuchten und heilt dann eine Person und dann ist schon klar, dass da mehr passiert und jetzt lebt er ja wirklich in so einer Enklave und er ist deren spiritueller Führer, beziehungsweise er ist ja mehr, weil wir haben ja hier nicht einfach ein Kult, sondern er hat ja tatsächlich Kräfte. Und das, also irgendwie sieht's schön aus, aber ich fand's, es sah fast zu schön aus, äh, für diesen Ort. Ja, es hat, äh, es hat diesen zu schön, um wahr zu sein Effekt. Äh, und das ist auch sehr bewusst gewählt. Aber das, ja, und das, das hatte dieses einfach zu idyllische, aber es hat trotzdem halt dieses leichte, man kann ihm nicht so ganz irgendwie über den Weg trauen mit dem ganzen, also diesem ganzen Zustand einfach. Mit dann halt in der Art und Weise, wie seine Jünger gekleidet sind. Sie nennen ihn auch den, ähm, den, ähm, den World in, äh, auf Englisch. Und, äh, wie sich das auch später entwickelt, dann am Ende von Staffel, äh, von Folge 3, da hatte ich echt, also das hat echte Horror-Vibes. Ich war doch ganz schön überrascht davon, ich mein, ich sollte es nicht sein, es ist eine Serie für Erwachsene und die scheuen sich nicht vor düsterer, äh, Bildsprache. Aber ich fand das doch ziemlich creepy, was da dann passiert. Ja, vor allem, weil dann das, das, also es kam auch nicht irgendwie aus dem Nichts, weil das, das wurde schon erklärt, aber man, man merkt schon bei sehr vielen Figuren, außer der vielleicht von Embessa, die ja immer noch irgendwie die, die manipulierende Strategin im, im Hintergrund so ein bisschen ist, um ordentlich Krieg, äh, zu zelebrieren. Alle anderen haben sich so leicht verändert, äh, beziehungsweise einige haben sich halt ein bisschen mehr verändert. Oh ja, absolut. Ah je. Ja, es ist, es ist viel los, äh, von einigen Charakteren, äh, müssen wir auch schon Abschied nehmen, aber ich muss sagen, dass ich einige von denen auch nicht wirklich mochte, also dachte ich mir, okay, fein. Ähm, und sie führen immer noch die, ähm, das Fort mit halt, ähm, Songs und so weiter und so gewisse Musikvideoästhetik, aber halt nicht so, das, das extremste Beispiel ist direkt am Anfang von der ersten Folge von Akt 2, ähm, wo ich jetzt auch nicht unbedingt ein Fan vom Song war, aber ich dachte, okay, ist fein. Ähm, aber womit ich ein Problem hatte tatsächlich bei dem, bei dem Song-Einsatz war tatsächlich die letzte Szene, die letzte Sequenz, wo ich dachte, ah, hier hätte etwas traditionellere Score hätte, finde ich, besser gewirkt als dieser Song, der dann bei dieser doch sehr dramatischen Sequenz läuft. Das, da war ich nicht wirklich mit einverstanden. Ja, allgemein konnte ich mit der Song-Auswahl, die waren auch alle, finde ich, nicht nie so präsent wie in den ersten drei Folgen. Ich fand, es war glüht auch weniger, vor allem kürzer. Also in den ersten drei Folgen ging das ja zum Teil richtig, richtig lange. Da waren, also hatte man fast das Gefühl, dass die ganzen Songs komplett ausgespielt wurden und hier waren das eher nur so kurze Teile davon. Ja, ja, es ist wirklich, es ist ein Unterschied und, äh, ich weiß nicht, also es wirkt halt nicht in irgendeiner Form, oh, die hetzen jetzt ganz doll und ich bin mir sicher, die wissen, was sie tun und wo es dann letztendlich hingeht. Ähm, vielleicht werden ja auch einige der Folgen, die noch auf uns zukommen, dann ein bisschen länger. Mhm. Äh, wer weiß. Also, äh, das ist ja alles in irgendeiner Form jetzt, äh, da durchgeplant und mal schauen, was dann so kommt. Aber so wie es sich bis jetzt entwickelt hat, ich war sehr, äh, ich war sehr, ähm, erfreut darüber, dass ich von bestimmten Sachen doch überrascht war. Äh, wie gesagt, die eine Sache hatte ich halt schon im ersten Akt vorausgesehen, aber der ganze Rest hat dann einfach, äh, gut funktioniert auf diese Weise. Und das macht eben dann sehr Spaß. Und ja, ich bin natürlich nach wie vor gespannt, äh, was da noch so kommt. Und es ist, äh, es ist eine besondere, eine besondere Serie, die nach wie vor visuell grandios funktioniert. Und sich darauf, auf uns auch wirklich ohne Kompromisse da ihre Geschichte erzählt. Ob es so Leuten gefällt oder nicht. Du hast halt nicht das Gefühl, die, die machen das dann so, oh, wir, wir, wir halten uns, ähm, so auf der sicheren Seite, damit halt so bestimmte Fans ihre Chips kriegen. Und, ähm, dass, dass das an alles so, da weißt du, dass einfach, oh, und unsere Charaktere haben da ihre Plot-Armor an und so weiter und so fort. Und ich meine, bestimmte haben, bestimmte Charaktere haben das, weil sie einfach aus der Logik davon, dass es im Prinzip ein Prequel ist, dass sie einfach nicht sterben können. Aber das hält sie trotzdem nicht davon ab, alles so gefährlich wie möglich zu machen, wenn's drauf ankommt. Ja, auf jeden Fall. Und mir fällt grad auf, dass ich die ganze Zeit Caitlin Jace genannt habe. Das, äh, Schande auf, auf mein Haupt, weil, das ist, das ist ja, also, Jace taucht ja nur ganz kurz auf und, ähm, dann ist er ja ganz radikal, indem er unseren, äh, unseren religiösen Führer da, das ist die Frage, das, äh, werden wir dann Anfang der nächsten Folge sehen, ob Victor tot ist oder nicht. Mhm, ja, ja, ja. Ich, ich bin mal gespannt. Also, es wirkt schon sehr endgültig, wie er da liegt. Aber gleichzeitig ist er ja, ja, irgendwie verbunden, ne? Sehr clever, auch wie sie, wie der Anfang von Folge 3 eigentlich dann das Ende von Folge 3 ist, aber wir das erst am Ende merken. Das, das fand ich sehr, sehr gut. Und ja, und da ist etwas eingebaut am Anfang, wo ich dachte, ah, mal schauen. Mal schauen, was da vielleicht noch ist. Mal sehen. Ja, es ist, es ist, äh, interessantes Ding nach wie vor. Und ja, ich meine, ich hab auch jetzt das verwechselt mit Jace. Also, ich, ich hab dich auch nicht korrigiert, weil ich's nicht gemerkt hab, ich Depp. Sind wir hier zwei Doofe, die diese Serie für nicht Doofe besprechen. Wunderbar. Aber, äh, wir wissen ja, äh, wen, wir wissen, wissen ja, wen wir meinen. Genau, du hast auch schon angesprochen, die Visualität, die ist wieder ganz großartig. Also, allein der Anfang der vierten Folge, da wird ja direkt auch wieder mit schwarz-weiß und mit blau, also auch da wird ja wunderbar gezeigt, wie Zeit vergeht, wie Jinx irgendwie zu so einer Ikone wird. Oder auch, du hast den Rückblick angesprochen, der dann in so, ich bin ganz schlecht im Beschreiben von irgendwelchen Farbstilen, ähm, in so einem. Das wirkt im Prinzip so wie, wie, wie so, so, so Fingerbilderbuchfarben fast schon hat das. Ja, hätte ich auch irgendwie gedacht, so, so ein bisschen so, ja, genau, Kinderbuch, vielleicht Wachsmaler könnte sein. Ich hab keine Ahnung. Könnte auch, ja, ja. Es sieht auf jeden Fall irgendwie schön aus und es sieht harmlos aus und es ist halt so ein krasser Kontrast zu dieser inzwischen dann doch völlig kaputten Welt und das ist natürlich schön, dass so eine kindliche Erinnerung, die so, wo man sich natürlich dann auch an schöne Dinge erinnert, auch so dargestellt wird. Ja, ja, und man sieht überraschende Seiten von einem gewissen Charakter, den man in der ersten Staffel ganz anders kennengelernt hat und, ähm, dafür sind eben diese Flashbacks auch sehr gut. Ähm, was mich ein bisschen verwirrt hat, ist, dass sie die ganze Zeit irgendwie den letztendlichen Vater außen vor lassen, diesen Flashbacks. Ich meine, man sieht ihn einmal kurz, aber der ist halt nicht wirklich ein Charakter, sondern sie konzentriert sich immer auf die Mutter, wo ich meine, hat das vielleicht auch noch eine Bewandtnis. Ja, das hab ich auch nicht verstanden, also, ne, das auch, warum Wander dann schon so prominent ist, also, ne, ist ja auch völlig legitim, dass er quasi schon da irgendwie eng verbandelt ist mit der Familie, aber wieso, hab ich auch noch nicht so geblickt. Ja, aber ich, ich kann mir halt vorstellen, vielleicht, vielleicht steckt da was hinter. Äh, mal sehen, mal sehen. Vielleicht hab ich auch total Unrecht und die haben einfach aus anderen Gründen sich nicht wirklich darauf, äh, versteift auf diesen Aspekt, aber, äh, mal sehen, mal sehen. Mal gucken, ob ich da jetzt auch richtig liege mit meiner Vermutung. Gab's Sachen, die dir nicht so gefallen haben? Ja, wie gesagt, also, die, die, die Song, den Song-Einsatz am Ende, äh, da war ich nicht einverstanden. Das hat so ein bisschen den Vibe, äh, für mich kaputt gemacht. Äh, dafür haben halt Songs an anderer Stelle sehr gut funktioniert. Ich find halt insgesamt schade, dass halt die, der, der Score nicht so prägnant ist wie in Staffel 1. Mhm. Äh, wo es halt hier jetzt in, in Akt 2 von Staffel 2 fand ich's ein bisschen besser, hier und dort. Aber ich hatte halt jetzt zum Beispiel den von Akt 1, hatte ich mir jetzt durchgehört und wo ich dachte, nee, schade, da lohnt sich keine Besprechung wirklich. Es ist ein bisschen, obwohl da dasselbe Team dahinter steckt, ist auch immer noch eingespielt von, ähm, äh, von, von, vom Berlin-Orchester und so weiter. Ähm, also, es ist, äh, ist immer noch dieser Sound irgendwie, aber leider mangelt es zum Beispiel halt das Pilt-Over-Thema, dass dieses großartige Thema für die Stadt aus Staffel 1 wurde bisher, glaub ich, nie benutzt. Mhm. Und, aber dabei geht es doch letztendlich um all das und das ist irgendwie, ist schade drum, halt irgendwie so viele verschiedene Sachen, die ihr hier wiederverwenden und neu arrangieren könntet und stattdessen ist es halt eher Underscoring und sie konzentrieren sich tatsächlich eher auf die Wirkung der Songs und größtenteils funktionieren die gut, aber, aber, naja, es ist halt, das ist halt meine Meinung dabei und, ähm, und wie gesagt, leider find ich halt den Plot mit der Schwarz und Rose find ich halt nicht sehr interessant bisher, aber vielleicht kann da ja noch mehr kommen, also das wären jetzt einfach nur so meine, von mir angesprochenen Mängel, aber das ist ein Meckern auf einem hohen Niveau. Äh, ja, das, das mit der Schwarz und Rose, also Mel, die, äh, Tochter von M-Besser wurde ja gefangen genommen, weil M-Besser irgendwas, irgendeine Vergangenheit mit denen hat und das wurde ja erst in den letzten Folgen aufgebaut und müsste dann ja, das ist halt die Frage, wird das in den letzten Folgen dann aufgeschlüsselt oder ist es halt so ein offener, offener Strang, der dann vielleicht in einer anderen Serie aufgegriffen wird. Und das fänd ich auch schade. Ich find, ich, ja. Ich denk schon, dass da was kommt, ja, das durchaus, aber es ist halt, es wird dann auch nicht super viel Zeit drauf investiert, vielleicht deshalb, wir haben nicht wirklich Zeit, uns da groß drauf einzulassen, ist halt das Ding. Und dann kommt halt zu dir eine oder andere Enthüllung, wo ich mir dachte, hey, was, was wurde das je in irgendeiner Form vielleicht mal auch vorbereitet, also ich, ich konnte mich ja nicht mehr exakt dran erinnern. Naja, aber das ist halt, ähm, gibt's, gibt's vielleicht irgendwas, was, was dir irgendwie negativ da ins Gewicht fällt oder bist du da eher wunschlos glücklich? Nee, also es gibt natürlich auch wieder ein paar ikonische Bilder hier, aber ich find allgemein wirken diese Folgen so ein bisschen halt sehr wie so das Bild ab für die letzten drei Folgen. Also ich find, man merkt halt, dass Sachen aufgebaut werden, die abgesehen halt von der Sache jetzt mit, mit Vanda und der, der kleine Jinx 2.0, die ja wahrscheinlich, ja, zu Ende sind jetzt erst mal. Ähm, aber es, es, es fehlte für mich so ein bisschen das, äh, dass das abgeschlossen und ich bin, hab so ein bisschen Angst, aber es ist, glaub ich, eher so ein, so ein Blick in dann in, auf nächste Woche, dass das Finale dann sehr gehetzt wirkt, weil ich das Gefühl habe, für die letzten drei Folgen noch sehr viel offen ist. Und ich hoffe schon, dass diese Geschichte ein abgeschlossenes Ende wird, auch wenn andere Figuren natürlich irgendwie dann weiter woanders getrieben werden können, aber ich fänd's sehr schade, wenn das komplett offen bleibt. Ja, ich könnte mir halt vorstellen, vielleicht, weil letztendlich ist das vergleichsweise ja erfolgreich auch, ich könnte mir vorstellen, dass sie eventuell nach dieser Sache, dass sie dann sagen, okay, und jetzt ist die Geschichte von Piltover vorbei, mit diesen Figuren und dann konzentrieren sie sich vielleicht in Zukunft, wenn sie weitere Sachen machen, konzentrieren sie sich vielleicht auf andere Aspekte, Orte und Figuren dieser Welt, weil da gibt's eine ganze Menge, was man machen kann, äh, da ist so viel, da ist so viel drin tatsächlich von, von den Locations und von den Figuren her, von den verschiedenen Kräften her und das, das zeigen halt diese, diese Werbespots und Kurzfilme, äh, mit diesen ganzen Figuren, halt etwas, so etwas wie Bilgewater, so dieses Piratennest und so, also es gibt da, es gibt zahlreiche Figuren und Orte, wo man coole Sachen machen kann mit diesem Animationsstil und ich denke mal, dass es vielleicht darauf dann hinausläuft und dass vielleicht aber Charaktere, die wir aus dieser Serie kennen, dass die vielleicht auch mal wieder auftauchen dann. Bestimmt, da wird das Potenzial für so ein shared, äh, Universe, was ja quasi schon da ist, durch das Spiel auf jeden Fall, äh, genutzt, das kann ich mir auch vorstellen, ich hoffe schon, dass die Serie, ich meine, das war ja auch die Qualität der ersten Staffel, dass die trotz dieser ganzen, für Fans, äh, wahrscheinlich existierenden Anspielungen, dass sie trotzdem für sich genommen alleine funktioniert und deswegen hoffe ich da auch, dass sie dann am Ende, äh, auch einigermaßen abgeschlossen sind. Ich glaube, ich fand es dann auch schade, dass dann in den Folgen 5 und 6 dann diese große politische Komponente eine, in eine weniger eine Rolle spielt, weil es dann doch mehr um das, das Persönliche geht, auch wenn, wenn die, die Armee der Oberstadt dann und das Monster quasi für sich, äh, äh, nutzen wollten, was dann jetzt zum, zum Glück wahrscheinlich nicht geklappt hat. Das hat mich tatsächlich nicht so gestört, dass das eher in den Hintergrund getreten ist und wir jetzt eher auf der persönlichen Charakterebene unterwegs sind. Vor allem halt, weil ich es halt sehr schön finde, wie wir bestimmte Figuren wieder zueinander finden. Wo ich mir dachte, okay, gut, jetzt immerhin ist zwischen denen gerade so ein bisschen, jetzt vergleichst du das Waffenruhe oder wenigstens auch ein paar Sachen geklärt. Und das, finde ich, ist ein sehr gutes Setup für ein hoffentlich schönes Finale. Und das wäre so meine, das wären so meine letzten Worte erstmal dazu. Ja, wunderbest. Das heißt, also, eigentlich sind wir immer noch wieder dabei, es ist eine fantastische Serie, sie ist großartig geschrieben, sie sieht großartig aus, sie nutzt das Medium Animationen wieder auf fantastische Weise, also guckt einfach weiter, ne? Ja, genau. Das ist unsere Meinung dazu, ganz genau. Wir melden uns nächste Woche wieder, wenn es hier heißt, Arkane, der Kampf um Piltovers Seele letztendlich. Und wir hoffen, dass wir, ja, dass wir dann da befriedigt von weggehen. Und ich bin sicher, ihr könnt es dann auch kaum noch abwarten. Wir hoffen, euch hat die Besprechung gefallen. Wir hoffen, ihr habt vorher die Folgen vielleicht gesehen auch, weil wir haben ja einiges vorweggenommen. Aber hey, das ist unsere Show. Und vielleicht kann ja jemand da Spoiler mit den Titeln schreiben, mal sehen. Und, äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und, äh, damit verabschieden Johannes und ich uns, äh, mit, äh, den herzlichsten Grüßen vom Tele-Stammtisch. Schaltet ein, wenn es wieder heißt. Wir besprechen Filme und Serien für euch. Und wir freuen uns immer, wenn ihr einschaltet. Bis dann und tschüss. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.